Hallo und herzlich willkommen bei einer Folge, einer besonderen, besonderen Folge, denn ich bin bei Arma3 unterwegs und mir wird angeboten Teamspeak zu kommen, also hier rechts war das, egal, hier ähm, ja, ich hab ja meinen neuen Rechner und bin jetzt das zweite Mal überhaupt bei irgendeinem Server, vorhin hab ich auch schon aufgenommen, aber das war irgendein halber Fun-Server, wo nicht richtig was funktioniert hat und, äh, ja, war nicht so toll. Jetzt bin ich hier auf dem anderen, ich hab mich Karl von Lothring genannt, ich hab vergessen wie der Server heißt, hier, kawallalive.de, irgendwie was, ich lese jetzt erstmal durch. Bitte halte dich auf unserem Server ans Roleplay, betrachte dies als deine erste und letzte Warnung. Ich wär lieber auf so'n, ich, ich, Roleplay-Server wollte ich sowieso. Ist ab 16, ja, 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 ähm, aber ich hätt lieber so 90% Roleplay, also so'n Jahr, wo nicht so, das ist die letzte Warnung, egal, was soll man machen. Ähm, G-Sings, die meisten G-Sings sind durch die Klienz bedingt, bei einem Frame-Rode unter 30 FPS ist der Arma-Klient überlastet und hat Probleme mit der Netzwerk-Kombination zu verwalten. Okay, altes Live-Tail befindet sich gegenwärtig in der Beta-Phase, Verluste und Schäden durch, äh, werden nicht erhört. Okay. Weiter. Ähm, hallo, Karl von Lothring, willkommen bei uns im Server, bitte halt, ja, ja. Wo bin ich hier? Ich hab' eine Karte. Channel 7 News. Ich bin mitten im Nirgendwo. Okay, hab' ich... Ich geh' erstmal bis hierher. Wow. Es sieht so schön aus hier. Ah, ah, Festungsruine. Ach, was für ein schönes Haus. 50.000 hab' ich aufm... Okay. Bauen? Nein. Schließen. Aha, 24 Uhr ist Restart. Wie spät ist es jetzt? 23.56 Uhr. Die beste Zeit. Die beste Zeit, um eine Aufnahme zu starten, wenn der Restart kommt. Ach, großartig. Gut, ich hab' keine Lizenzen. Ähm. Ja. Gut. Gehen wir mal zu nem AT... AT... Dings. Ups. Hier, hier ist ein AT-Dings. Heißt, ich geh' die Straße einfach mal geradeaus. Bitte? Ja. Okay. You are my sunshine, my only sun... Da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel. Jetzt hab' ich in so... Äh... Einfache Sachen. Aber ich hab' ne Uhr. Es ist momentan 5 vor 11. Das ist die Grill. Ja. Das schau' ich mich. Kann sein, dass ich, äh, noch ein bisschen schlecht klinge. Ein bisschen metallisch, denn ich hab' das Mikrofon noch nicht so richtig bei dem Computer eingestellt. Also ich hab's versucht, aber... Das hat, glaub' ich, nicht ganz... Funktioniert. Okay, die Karte sagt mir, ich bin... Sonst wo. Hier ist ein ATM. Oh. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Ich nehme mal... 10.000. Danke. Wo geht's zum Markt? Hier, die Straße rechts. Und dann links halten. Wahrscheinlich da, wo die Uhr grad läutet. Denn es ist... 11. Da ist jemand. Da kennt man so nicht auf Anhieb, oder? Ähm... So. Oh, weiter. Oh. Ich hoffe, wenn wir mal ein Dienst fortfahren hier. Hallo, Mäuschen. Na, abend, die Herrschaften. Oh. Guten Abend. Wer flug haben wir denn? 11 Uhr 10, mein Freund. Das ist doch am Morgen. Aber Abend ist auch gut, ne? Ja, äh... Sie wissen... Sie wissen, ja, wenn man da... Spielbild durcheinander. Schuldigung, schuldigung. Boah, halb so wild. Oh Gott. Ja, Worldplay-Server. Worldplay. Ähm... Generalstore. Ne, ne Uhr hab ich. Nein, schließen. Hier, äh... Ich brauch was. Ne, ne Apotheke will ich auch nicht. Ich will... Hallo? Was verkaufen sie? Was verkaufen sie? Bürerschein. Bürerschein. Hab ich gekauft. Super. Ähm... Bootschein, Pilotenschein, Lkw-Schein. Heu-Haus-Eigentümer-Lizenz. 600.000. Clothingstore. Alter, das nehm ich. Ich nehm ein... Ein... Äh... Nö. Hello Kitty. Nö. Nein. Bürokaufmann. Okay. Nein. Nein. Outlook Ranger. Ja, was Sprotliches. Oh Gott. Nein. Ach, ich nehm das. Was die... Kaufen. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Ja, haben sie hier auch Rucksäcke? Nein. Gut. Warum auch? Bitte. Und Gott. Seitwärtsschritt. Könntest du mal gucken. Reicht und Training. Ungeblühte. Super ja, Kloppe. Weitermachen. Ich glaube, ich habe einen Trickauflager. Bin mir aber nicht dran zu sehen. Entweder ich kann schweben oder meine Beine wachsen unglaublich schnell. Lieber nicht machen, sonst brechen sie sich noch was. Das ist nicht gesund. Ach, watsch. Ich will ein paar Schritte nach vorne machen. Okay. Gucken wir mal. Ich kann schweben. Mensch. Kann nicht jeder, ne? Wie bitte? Das kann auch nicht jeder, ne? Ja, das ist schon eine Gunst. Das ist unglaublich, was ich... Okay, hier Market. Kann ich mir hier einen Rucksack holen? Das wäre irgendwie... Nee, kann ich nicht. Schafgulasch. Schafgulasch. Wie kann man sich denn hier verdammt nochmal Rucksäcke holen? Weinladen. Gushy Shop, Lizenz Shop, Apotheke, Genera Shop. Oh mein Gott, ey. Ähm, die Herrschaften könnte vielleicht mir jemand verraten, wo man hier, äh, Rucksäcke bekommt. Beim Closing-Shop, da wo du auch deine Klamotten her hast. Okay, da muss ich nochmal genau nachgucken. Irgendwie habe ich mich da vertan. Ja, haben sie. Mal die Glubschis aufmachen. Sonst Brille kauft doch vielleicht jemand. Soll ich dir helfen? Ach, ich hab's gefunden. Danke, danke, danke. Großer Rucksack. 5000. Äh, pfff. Passt schon. Passt schon. Wie viel habe ich noch? 3000 habe ich jetzt noch. Okay, schließen. Und jetzt essen. Essen, trinken, extra kauen. Was, ich hab 2000 bekommen. Oh, super. Wie spät ist es? Kurz nach, kurz vor 12. Großartig. Market. Apfel. Hasenkeule. Mhh. Kaufen. Plus eins. Aha, ich kann nur... Okay, das ist ein bisschen gut. Äh, dann nehme ich noch ein paar Wasserflaschen mit. Sagen wir mal 5. Taktischer Speck. Red Bull. Fürsig. Benzinkanister. Kleinerlages. Großlages. Spitzhacke. Traubentelefonbatterie. Bitte was? Legale Uranauflösung. Krabben. Krabben. Nee, nee, ist, ist, okay. Ist, ist, okay. Wir können dich töten damit. Ich kann nicht töten. Haha. Weiß nicht. Okay, ja, ja. Bootsführerschein. Will ich nicht. Haha. Morphium. Ne Niere. Ähm. Na gut. Das kostet ein bisschen viel, ne? Okay, ich schlag's falsch. Ich kann nicht überlegen. Hallo. Ach, ein Hut. Wow. Gefährlich. Gefährlich. Das war aber äthikgefährlich, mein Herr. Der arme, maskierte Person. Können Sie mich heilen, bitte. Ja, äh. Ich hab leider keine medizinische Ausbildung. Tut mir leid. Sanitäter. Ja, Sanitäter, bitte herkommen. Bin nur überwegt. Ja, bitte, danke, gern geschehen. Äh, hier liegen noch so eine Sachen. Ich lass die mal liegen. Ich... Pass mal nix an. Oh! Kollege! Hier liegt der... Super, der Sanitäter. Ich bin der einzigste, der hier überlebt. Ist ja alles ganz toll. Gut. Ähm. Alarm. 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 Hier werden Leute getötet. Rotalarm. Alle mal auf die Gefährstation. Haben Sie Glück, dass grad kein Polizist beim Markt ist? Oh. Okay, ich nehm alles zurück. Hier werden Leute getötet. Polizei kommt schon. Ja, mit nem Platten fährt sich's nicht so toll. Darf ich ihn töten? Darf ich ihn töten? Vielen Dank. Das ist großartig. Großartig. Mensch, wir haben eine aktive Polizei hier. Sind die Polizisten? Absoluten. Du, form auf mich. Äh. Okay. Das war... Das soll ich heute dem Medic das wiedergeben? Ähm. Das ist außerdem nur... Wenn Sie Polizist sind, Herr Janek, dann... Gucken Sie mal da, bei dem Auto, das... Was Platten hat. Der Typ da, der Typ da, das im Auto. Der hat die einfach umgefahren. Im Autosier, ja. Ja, ich... Ja, ja. Ich bin mir zu 110% sicher, dass er das war. Mensch, hier. Das ist ja wie Tatort. Mensch, hier. Das ist ja wie Tatort, nur spannender. Oh. 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 Ah, ja. Das ist ja wie Tatort. Das ist ja. Warum hier? Ich bin mir. Ich bin mir. Na, ich bin mir. Das ist ja. Es darf nicht nur stehen. Aber ich bin mir. Was ist die Geschwindigkeit der Druckerpuffer? Ich glaube, ich bin mir. hier ist man voller Reisen, mein Freund jetzt sag ich hier mal grade nix weil das grad doch ziemlich spannend ist so, da holen wir sie halt ich wie ein Krimi Mensch, das doch ist schonmal so tolles, ne? mal dabei zu sein Tal, Tal wollte Waffe kaufen nein danke, nein, nein danke so, Helmut Helmut nicht looten was soll das denn hier? der Polizist tut mir leid er hat gedolten er hat gedolten da hab ich nicht Mann, Helmut, was machst du denn? die Leute in Ruhe nein ich wusste nicht, dass man das nicht tat ich hab das wieder zurück getan das Toten du bleichenschänder, du hier liegen sauber gebügelte Sachen ah, wo? hier sauber gebügelte Sachen einfach auf der Straße bin entsetzt ich bin wieder entfernt hier was das wird grad hier entferne ich jetzt hier es ist einfach mal mit dir Lutz ich hab nicht, ich hab in meinen geguckt ob alles da ist die Taschen sind nämlich hier ich lüge mich nicht an hier ich lüge doch nicht, ich würd ich niemals machen sagen und jetzt schickes Auto ich glaub ich kann den Chat nicht mehr ausmachen hier steil du 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 Vielen Dank.